Los! Ist immerhin schneller, warst du? Es liegt an uns, das Beste daraus zu machen. Daher sollten wir uns lieber beeilen. Siel! Weeeee! Das war ein Big. Jetzt stellt euch vor, bei dem Fahrstuhl eben... Weee! Wer ist der Fahrstuhl aus der Anormandy gewesen? Das hat eine Weile gedauert. Speichern? Okay. Ich hab gespeichert. Danke! Sie sind. Ich bin bei einer airport. Ich bin das Auto. Ich bin das Auto. Ich bin das Auto. Puh, Puh! Puh, Puh! Genau da! Genau da! Letzte Autos habe ich kurz vor dem Gespräch. Heißt du, hättest das alles nochmal gepratschen müssen? Oh, okay. Cap it! Danke! Ein riesiges Gewölbe im Inneren des Planeten. Hey Mikro, kommt dir das bekannt vor? Mir kommt es bekannt vor. Ganz leicht. Sooo... Du 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 Das wär ja mal hart daneben. Wie ist das denn? Brennt's da? Brennt's da, die Röhre, das ist unglaublich. Wir haben keine Zeit, die Aussicht zu bewundern, wir müssen durch das Portal und wie geht, werden uns die Sache nicht leicht machen. Wie geht's das denn? Das ist zu spät. Zitadellkontrolle, Zitadellkontrolle, hören Sie mich! Feuer schließt in, oh mein Gott! Ist doch diese Brumm, dass so eine Statue ausgeht. Welche Statue? Ich kann nicht, wie du draufkommst. Ich ignorier die mal. Bitte liken Sie die Evakuierungsprozegune ein. Ich hasse die Kopfhörer wieder aus! Ich hasse die Kopfhörer. Ich bin da! Ich brauche mal ein Nebenkommentar von einem auf der Zitadell. Oh! Stimmt! Ganz am Anfang! Ich habe hier die Reise. Du kannst hier einen Co-Wall-Fone nochannen. Auch da waren die Terroristiche und den Objektionsprozegungen. Ich habe hier die Terroristen und den Objektionsprozegungen. Das ist für mich! Das Präsidium wird durch schwere Fählfunktionen auf der ganzen Ebene beeinträchtigt. Alle außer den Notfallteams müssen sofort evakuiert werden. Geben Sie mir einen Überblick über die Schäden. Wir haben die gesamte Primärenergie auf der Ebene verloren. Die Lebenserhaltung reagiert nicht. In den Sektoren 2, 3, 6 und 7 brennen Feuer der Klasse 3. Die zivilen Verluste sind hoch. Es befinden sich außerdem zahlreiche unautorisierte synthetische Lebensformen auf der Station. Sie müssen als feindlich angesehen werden. Bitte seien Sie vorsichtig. Na los, wir müssen Saren aufhalten, bevor es zu spät ist. Bitte leiten Sie die Evakuierungsprozeduren ein. Dies ist keine Übung. Kritisches Versagen aller überwachten Systeme. Bitte leiten Sie die Evakuierungsprozeduren ein. So, schließen Sie die Anfang-Ende wieder zusammen. Hm. Ich glaube, sie hat aber auch ein bisschen einen weg. Also, die, äh, Paui, Paui, Kai. Das Gespräch war wichtig! Die Zitadelle schließt sich. Sie versiegeln die Station. Ah, gut. Der ist einfach mitten durchgeflogen. Mir war das einfach scheißegal. Es sieht immer noch aus wie so eine Hand. Ein Handschuh. Da vorne die Finger so zusammen. Entschuldigung. Da kann man die Fingerspitzen zugreifen. Tada! Sie macht den Reapers nicht unnormal stark. Die cheaten voll. Saren hat den Aufzug blockiert. Ausrüstung an. Wir gehen raus. Oh Gott. Ich hätte nie gedacht, die Zitadelle mal aus dieser Perspektive zu sehen, Shepard. Machen Sie sich um mich keine Sorgen, Shepard. Mariana sind an Weltraumspaziergänge gewöhnt. Ist sehr nützlich, wenn wir unsere Schicker reparieren müssen. Oh, die war durchlaufen. Ist doch super das Hobby. Ich fühl das gar nicht so super. Ah! Ich kann mich doch nicht so erschrecken. Einfach immer weiter vorwärts laufen. Ab Rückendeckung hab ich mir gehört. Hab ich gehört. Hab ich gehört. Hab ich gehört. Hab ich gehört. Hab. Ja. Sag mal, geht's noch einfach so die Neure erschrecken? Ja, voll gemein. Das geht nicht. Wir müssen jetzt sterben. Oh, der hält ein bisschen mehr aus. Ich sollte gleich ein bisschen zurück gehen. Aua! Was tust du? Hier ist die doof. Oh, da kann ich nicht in die Entdeckung gehen. Äh, nein. Nein, kannst du nicht. Jetzt kommt der Zug wieder. Da schreckst du mich nicht mehr. Ha! Huh! Huh! Da, schon wieder. Ahtacke. Halt mir Ruhe! Mir weg! Wo ist er? Wo ist er? Ist er tot? Ist er wirklich weggegangen? Ich sollte denen öfters sagen, die sollen weggehen. Wo ist er? 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 Wenn ein Geht weggeht, heißt das dann, dass der geht oder dass er geht? Na, er geht! Wo ist er? Wo ist er? Okay. Ich kann das, ich kann das, ich kann das. Ich kann das. Nee, du sollst hier weiter hoch. So. Zerstören! Warte, der gehört zu mir. Ist der Weg! Okay. Das Stück ist kaputt, oder? Das ist ein gutes Team. Oh mein, keine komische Erdite mehr. Ja, T-Berg! Ja, T-Berg! Schön, nech! Aua! Oh, ei, ei, ei! Nein, 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 nein! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Lebe noch! Uah! Habe ich auch mal umgucken, Mensch! Nicht mal umgucken darf man sich hier. Geh weg! Fack! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! уб Nein, Charlie Steh mich auf Oh Schicken Sie mich wieder rein Ja Tu ich